Moin und herzlich willkommen hier zurück zu LS22 auf der schönen Alma-Missouri-Map. Ja, wir haben den 1. November, wir haben 7.01 Uhr ingame. Und ja, ich habe mal wieder viel rum experimentiert und oder ausprobiert vor allen Dingen auch. Einige Probleme gelöst, sprich das Problem sitzt vor dem Monitor. Und ja, also wie gesagt, vieles getestet, hat alles wieder ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt auch, ich habe wieder hier dieses halt bessere Aufträge halt mit reingenommen, wieder das Mod, weil da gebe ich ja nicht auf. Und es wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben, allerdings schon vor Wochen. Äh, ich produziere vor, für mich war es gestern, bla bla bla, ihr wisst es. Und, äh, dass hier die Fahrzeuge immer mal durcheinandergewürfelt liegen, liegt an der, soll an der Map liegen. Gehe ich auch mal von aus, weil das Mod, jeder hat dieses Mod und es funktioniert, einwandfrei. Und es ist ja einfach nur cool, weil allein die Details, da bin ich jetzt erst, als ich mich damit beschäftigt habe, auch mal ein bisschen mehr aus, äh, und mir auch mal die Infos durchgelesen habe, äh, mal drauf gekommen, dass es wird dir auch angezeigt, zum Beispiel hier, was für, ähm, Verbrauch der, 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 der Geschichten und so. Also, also, wenn ihr sagt, gut, etc., sowas habt, ne? Ähm, ja, und es ist einfach geil. So, darum, Augen zu und durch, sollten wir hier falsche Fahrzeuge kriegen, machen wir es wie gehabt. Ich kaufe andere, gleich, äh, verbesserte, äh, die dementsprechend, nichts Besseres, annähern, das Gleiche, wirklich das Gleiche, halt bloß in der richtigen Variante. So, äh, nur mal kurz dazu. So, jetzt haben wir hier schon Sachen. Ich lasse es aber auf drei Aufträge gleichzeitig. Guckt mal, wir haben hier nochmal 23. Wir haben dann hier Sojabohnen. Und wir haben Mais. Ich würde tatsächlich mal sagen, wir lassen das mal mit den Ballen pressen und wir gehen tatsächlich mal in die volle Ernte rein. Ähm, und da würde ich auch sagen, Ich würde sagen, ich miete uns alles an Gerät. Ich würde sagen, ich miete uns alles an Gerät. Ja, aber klar, brauchen wir sowieso. Okay, passt auf. Äh, Geräte ausleihen. So, das ist Erntebaumwolle. Baumwollernte. Ich glaube, das... Ist das so einer? Zum Laden? Ich nehm's. Ist ja eh egal. Gerät ausleihen. So. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert. Äh, Maisernte passt auch. Und Soja passt auch. So. Okay. Äh, und ich würde tatsächlich sagen, dass wir für uns... Ähm, ich würde sagen, das schicken wir auf den Weg. Und ich hab für uns auch ein paar hübsche Pläne. Ich würde nämlich gerne, äh, die eine Wiese walzen. Ob das Not tut, weiß ich nicht. Es steht Walzen nötig. Aber ich weiß nicht, ob man's bald Gras braucht. Keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob man's machen muss. Ähm, wie gesagt, ich hab ein paar Mods. Ich würde sagen, gehen wir gleich drauf. Ein, ich... Wir springen jetzt einmal und... Achso. Springen einmal hier rüber. Und bereiten mal alles vor. So, das ist auch ein Baumwoll. Ja, 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 das ist das Richtige. So, äh, okidoki. Dann gehen wir mal rein. Und jetzt wird einem ja auch angezeigt, was man, äh, für Geräte hat. Alles klar. Das ist Feld 6. Gut. Äh, du bist aber... Bist du der Baumwollernter? Du bist der Baumwollernter. Und zieht sie. Und baumwolle auf... Das ist ja auch nicht so groß, denke ich. Feld 23. What? Da kriegen wir doch was gewuppt, oder? Äh, Feld 23. So, dann hoffen wir mal, dass er uns nicht die Sachen weghaut. Wieder einfach abschließt. Ah, da. Schaut mal. Ja, das ist doch gut. Okay. Äh, Job erstellen. Feldarbeit. Äh, ich komme da an. Zack, zack. Ah, ja, genau. Da habe ich... Ja, pass auf. Dann gehen wir ruhig da rein. Da habe ich nämlich zwei. Da habe ich einmal den Wartepunkt und einmal den Abfahrer. Oh, das ist ja nicht so schlecht. Ähm, was wollte ich? Kurs generieren. So, okay. Anzahl Vorgewende. Okay, ich bin ja jetzt vorsichtig wegen dem Hin und Her und Zurück. Darum würde ich sagen, mache ich hier tatsächlich sechs Vorgewende. Ich gehe auf weich. Mach mal ruhig. Ah, mach mal ruhig weich. Das ist... Na, nee, das ist... Der ist ja relativ. Im Uhrzeigersinn spielt da keine Rolle. Ja. Feldkurs generieren. Ah, gut. Er kann keine sechs, weil er halt da hinten zu klein ist. Aber ist egal. Äh. So, gut. Rutschen wir. Feld 23. Zack. Da kannst du direkt... Auf... Hey. Ja, ich probiere mal. Ich hoffe, er hakelt da nicht fest, weil ich bin da ziemlich dicht am Rand. So, mach dich mal an. Mach mal vor. Weil sonst hängst du. Und ab davor. Äh. Dich lasse ich hier erstmal stehen. Dann gehen wir weiter. Du möchtest, glaube ich, Mais, ne? Du möchtest Mais? Na, oh, Monster. Welcher ist denn das? Okay. 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 Ähm, ja. Ich habe, wie gesagt, einiges an Mods noch wieder mit reinge... Na, was heißt einiges? Ist nicht richtig. Ich habe uns, äh, Düngerstreuer organisiert. Die man sich auch als Kleinunternehmer leisten kann. Heckenschläuche brauche ich nicht. Anschließend. Die man sich auch als... Ganz schön dunkel noch, ne? Kleinunternehmer leisten kann. Und, ähm... Moment kurz. Lasst mich einmal... Mais müsste das sein. Genau. Feld 6. Feld 6. Feld 6. Wo bist du? Hier. Oh, ich glaube, da war ich noch nie drauf, tatsächlich. Zack, zack, zack. Äh, da komme ich von da. Dann gehe ich da ran. Äh, da sage ich aber lieber sechsmal Vorgewende. Äh, äh, kann, glaube ich, auch scharf sein. Feldkurs Uhrzeigersinn. Ist, denke ich, in dem... Wo ist das Abtankrohr? Da. Das Abtankrohr ist beim Drescher mal auf der linken Seite, ne? Ja, gut, aber ich glaube, das lasse ich so. Feldkurs generieren. Macht man ja meistens sowieso. Ähm, okay. Feld 6. Zack. Äh... Feld 6. Und ab dafür. Äh... Schlepper. Nehme ich dich. Koppeln wir mal an. Oh, Schläuche. Der Druck lobt Schläuche. Das Thema hatten wir ja schon, ne? Das Thema hatten wir ja schon. So, okay. Das war Feld 6. Und wo soll der ganze Gedöns hin? Feld 6 soll... Erzeuge es dann hier? Getreidemühle. Guti. Getreidemühle. Äh... Feld... 6. Und... Getreidemühle. Und... Ja. Achso, wartet kurz. Ich muss hier auf jeden Fall nochmal in die Einstellung. Weil die sind ja immer anders. Buchtumfahren. Nein. Parken im Feld. Ja. Automatisches Auftanken. Automatisches Reparieren. Ja, da... Da freue ich mich echt, wenn wir tatsächlich... Ähm... Unsere... Unsere eigenen, äh... Sachen haben. Du sollst... Der ist in Arbeit. Ernte Soja. Feld 16. Muss ich einmal kurz reinschauen, wie viel Platz wir am Feld 16 haben. Feld 16? 15? Äh... Oh, Feld 16. Da war ich, glaube ich, auch noch nicht drauf. Da ist 15, 14, 11, 18, 21. War? Gibt's nicht. Feld 16 ist aus, Leute. Das wird ja nicht hier hinten sein. Ist das bestimmt nur ein ganz kleines... Da oben ist es doch. Da oben ist es doch. Neben 13. Wie hab ich das eigentlich... Ach, das ist hier. Das ist hier. Äh... Ja. Äh... Ich fahr den hin und koppel ihn dann vor Ort an. Das ist mir... Das funktioniert zwar sehr gut tatsächlich, aber... Oh, und dann versuchen wir das mal mit zwei abbauchen. Dann bin ich auch mal gespannt, ob wir das hinkriegen. So. Ja, also ich hab noch ein PKW mit reingenommen. Tatsächlich. Der hat so Aufsatteldinger und so. Kann ich euch gleich mal zeigen. Äh... Hab ich sonst irgendwas an... Aber wenn du den Trecker wegnimmst, ne? Dann hättest du ja auch... Auch eigentlich... Eigentlich so stehen bleiben können, Nase. Aber fahr mal rum. Dann koppeln wir die anderen. Ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Ähm... Ja, genau. PKW. Ja. So. Kümmer ich mich gleich drum. Ähm... Ein PKW hab ich mit reinge... Wir machen das gleich. Ich hab... Ich bin nicht Multitasking-fähig, wie ihr merkt. Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Das ist ja ein recht kleines Schneidwerk eigentlich, ne? Ich würde tatsächlich... Wir probieren das einfach aus. Was kann schon Schlimmes passieren? So. Was kann schon Schlimmes passieren? Hab ich das gerade gesagt? Also, das muss ich sagen, wenn ich bedenke, so die ganzen Urläufe... Was hatten wir? 19? Was war vor 19? War das mal 15? 18? Gab's ja nicht. Dann kam der 19er, ne? Ich bedenke, so im 15er, auch im 19er... Äh... Glaube, ich hab mich ja sehr gesuchtet auch. Ähm... Wie das da war, hier mit, äh... Schneidwerke auflegen. Heide wird's gar, Leute. Heide wird's gar. So, okay. Nächsten Auftrag. Job erstellen. Feld 16. So, da würde ich aber tatsächlich sagen... Ich komm ja da an. Äh... Dann würde ich... 17er. Wie ist das mit dem Platz? Das wird... Pass mal auf. Probier mal was. Zielpositionen wählen. Ich hab das da, Schneidwerk. Pass auf. Pass auf. Ich versuch mal was. Dann haben wir Feldposition. Fangen wir... Da an. Dann sagen wir... Job. Dann auf jeden Fall... Zack. Äh... Gerät, 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 Gerät absenken. Schneidwerk automatisch ankuppeln. Beim Erd stehen bleiben. Thresher selbst abtanken. Wisst ihr was? Das mach ich tatsächlich mal. Entladen im ersten Vorgang. Strohablage... Vorgewendet. Deaktiviert. Deaktivieren. So. Einmal das. Scheiße. Bin ich weggesprungen. Job erstellen. Bildposition. Nee. Darauf. Ja. Dann... Wieder anfangen. Kurs. Sechs Meter. Würde ich auch wieder... Ah, vier. Machen wir weich. Und sag mal... Generieren. Okay. Okay. Ich bin gespannt, ob's funktioniert. Ich bin gespannt. Zoom. Äh... Da haben wir gesagt... 16, ne? Ja. Welt 16. An Cosplay übergeben. Und ab dafür. Da bin ich ja mal. Ich glaube... Wird höchstwahrscheinlich sowieso nicht klappen, aber... Nehmen wir mal so hin, Leute. Nehmen wir mal so hin. So. Einmal anklöppeln hier das Ganze. Eine Folge vorbereiten vom Auftreten. Ja, auch nicht schlecht. Ah ja. Da wird schon einer blockiert. Das ist ja auch schon mal sehr nett. Aber werden wir sehen. Höchstwahrscheinlich wurde er überholt oder so. Lass mich nur einmal das Ding hier anklöppeln. Ich bin gespannt, ob er das mit dem Abladen selber macht. Wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ui. Ja. Passt das? Passt das? Tatsächlich. Wow. Hallo. Haben wir Lauf? Äh, sagt er jetzt. So, ziehen wir mal ein bisschen vor. Feld 16. Wo soll denn das... Ups. Wo soll das denn hin? Feld 16. Wo soll das dann hin? Äh. Verkaufsargument Getreide. Okay. Dann heißt das... Äh. Hopp. 16. Ich finde sowas ja einfach nur geil. Ich finde das ja auch total gut. Bringt mir ja so viel Spaß. Kaufpunkte. Verkauf Getreide. Ich glaube, das ist egal hier erstmal. Äh. Dann fahrt du mal los. So. Wer hängt denn? Ah, fängt ja schon gut an, oder? Fängt ja schon gut an. Da sind wir wieder bei unserem Vorgewende. Ja, es ist eng. Ja, und da hätte ich wieder rund machen sollen, ne? Ich lerne ja nicht dazu. Ich lerne ja nicht dazu. Ich hätte es rund machen sollen. Aber okay, gut. Äh. Fahr mir immer ein bisschen auf Tour. Wenn das Vorgewende... Ihr kennt ja. Wenn das Vorgewende erstmal drin ist... Das ist natürlich auch hier genau die Ecke hier, ne? Da wollte er natürlich einmal zurücksetzen. Okay. Dem läuft. Äh. Ja. Komm mal mit. Also, dich setze ich sowieso erstmal einfach nur in den Wartepunkt, dass du da bist. Ganz wichtig, diesmal Schläuche. Naja, auf jeden Fall. Wir haben ja dieses Mal... Wir haben dieses Mal ja auf jeden Fall alle Fahrzeuge richtig. Ne, das ist falsch. Welches war das denn? Hier 23, ne? 23. Fahr mal zu 23. Parkposition. Und ab dafür. So. Okay, Freunde. Juhu. Also. Gehen wir mal rein. Ich zeig's euch jetzt. Äh. Als Mod. Ich hab mir tatsächlich... Ne. PKW hier hättest du gehen müssen. Ähm. Den hier geholt. Hier. Äh. Den TLX 2020. Ähm. Ganz, ganz cool. Also, ich weiß... Ich hab ja gemerkt, wir benutzen ja ganz viel den Pickup. Und ich hab mir gedacht, den nehmen wir mal rein. Vielleicht haben wir einmal mal die Kohle. Können uns den leisten, ne? Also, tausend verschiedene Sachen hier zum Ändern und... Habt ihr nicht gesehen? Und was ich da dran halt nur so cool fand, man kriegt halt verschiedene... Habt ihr eben schon gesehen? Aufsätze. Äh. Hier. Äh. Anhänger sind da irgendwie mit bei. Das ist irgendwie noch ein anderes Dings. Wo sind die ganzen Aufsätze? Ja, gut. Das sind Anhänger. Das ist natürlich denn vielleicht nicht so... Wo war ich denn drin? Doch, eigentlich müsste der noch dran sein. Ist das vielleicht jetzt das Mod rausgehauen? Wartet mal. Ich muss mal irgendwas gucken. Tierhaltung? Ne. Hier. So. Solche Sachen halt, ne? Kriegt ihr als... Tanker, als Kippel, als... Ach, allen möglichen Krams. Und dann hab ich Düngerstreuer... Hab ich uns tatsächlich mal was geholt, was... Auch mal ein bisschen kleiner ist. Zwei Diesel-Lütten. Und ein klein, etwas größeren. Ähm. Na, weil die Preise, das können wir uns erlauben. Und vor allen Dingen, äh, der kann auch Kalk. Der kann Kalk. Der nicht. Weil das ist ja noch hier von Gut und Böse. Ähm. Dann hab ich uns... Was hab ich? Ich hab uns doch noch irgendwas geholt. Äh, ich hab uns doch noch irgendwas geholt. Weiß noch nicht was. So, lass uns einmal durch kurz mal durch. Das läuft. Der ist da. Das ist auch okay. Maishäcksler läuft auch. Und wird sogar schon abgetankt. Hab ich nicht gesagt, das soll stehen bleiben, eigentlich? Oder hab ich das beim anderen gemacht? Drescher selbst abtanken, deaktiviert. Beim Entladen stehen bleiben. So. Find ich ein bisschen geiler. Okay, so. Dann gucken wir mal unseren... Ah, die sind noch auf dem Weg. Okay. Das ist auch immer lustig. Ja, das ist halt... Wie ich ja schon in den letzten Mal... Beim letzten Mal sagte... Es ist natürlich schön, wenn wir dann... Wir haben unseren eigenen... Äh... Haben wir mal einen Klicker? Nein. Wenn wir die eigenen Fahrzeuge haben, dann stellen wir uns alles ein. Und dann geht's los. Ich würde sagen, wir bleiben hier. Weil... Vielleicht kommt ja diese... Hoffentlich Abladegeschichte. Feld 16 müsste das da vorne sein. Und... Achso, genau. Äh... Was hab ich uns denn noch geholt? Das möchte ich jetzt auch kaufen. Und zwar Walzen. Wir haben ja bloß die zwei Walzen hier drin. Die sind natürlich gerade teuer. Ich hab mir gedacht... Ich gönne uns die. What? Ich würde sagen, ich kauf uns die. Aber ich würde gerne... Die... Ändern. Weil 5000... Und wir haben Walzen. Okay. So. Ich würde, wie gesagt, gleich nur einmal gucken, ob der... Das macht... Hier hab ich auch gesagt... Er soll selber abtanken. Genau. Das da vorne ist 13. Das ist dann... Hier 16. Das ist ja auch nicht groß. Das kann der auch. Dann haben wir halt nicht das Problem hier mit den beiden... Mit den beiden Wagen, ne? So. Dann wird er eigentlich erst da hinfahren. Dann müsste er rein theoretisch... Gleich auf den... An Kursper übergeben. Dann da hinten zu dem Punkt fahren. Dann hoffe ich, dass ich es nicht so gestellt habe, dass der Trecker im Weg ist. Ah, scheiße. Ja, ist okay. Ist ja der nicht schlimm. Ziehen wir unser Schneidwerk eben aus dem Weg. Okay. Alles klar. Dann fährt er also tatsächlich zu dem Punkt und nimmt hier das Schneidwerk ab. Der müsste sich einen extra Punkt setzen. Das funktioniert. Das ist bestimmt wieder unser Baumwollmensch. Fahre mal den mal aus dem Weg hier. Nein. Ich fahre das Schneidwerk mal richtig weg. Noch nicht zu weit. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier fahren kann. So, ja. Aber es läuft. Ist das auch ein 500er eigentlich? Nicht jetzt nicht. Probuto. Probuto. So. Ja, mal sehen, wie das... Also, ich glaube, mit dem automatischen Abpanken habe ich auch ausprobiert. Also, mit dem alleine Abpanken habe ich auch ausprobiert. Das ging eigentlich ganz gut. Aber ihr wisst ja, ne? Was in den Tests und so, ne? Das ist klar. Das da oben wird ja... Ja. Da bist du das wieder. Ist ja gar kein Problemchen. Entweder das da vorne... Ne, das hat er da nicht. Da ist es relativ rund. Ich hoffe, dass er es gleich jetzt nicht mehr macht. So. Der kann hier stehen bleiben. So. Wir starten unseren Schlepper. Aber auch ein bisschen Licht. Ist ja noch dunkel. Und dann würde ich sagen, fahren wir und holen unsere Walze. Obwohl, wartet mal. Ist das jetzt so toll? Walze holen? Auf der Straße fahren mit der Walze? Oha. Ja, glücklich. Ich musste ja irgendwie hierher kriegen, ne? Und einen Tieflader haben wir ja noch nicht. Ne. Oh, dann habe ich mir auch überlegt, Freunde. Dann habe ich mir tatsächlich überlegt, wäre so ein kleines Rechenspiel. Wir haben ja den Ballanhänger. Und wir haben den anderen Anhänger, den ich ja eigentlich erst neu gekauft habe. Und in meinen Testgeschichten habe ich ja, wie gesagt, viel ausprobiert. Und da habe ich einen schönen Anhänger eigentlich gefunden. Das wollte ich auch noch ausprobieren. Und zwar der hier. Den kann man nämlich auch umkonfigurieren. Halt als großen Aufbau und als Ballenwagen. Der hätten wir ein für alles. Der würde uns dann natürlich... 44.000 kosten. Das ist natürlich richtig heftig, ne? 44.000. Und wir würden dann... Uff, da war ich noch gar nicht drin, ne? Guck mal. Ja, tschüss. Wenn wir jetzt, sage ich mal, den Anhänger hier verkaufen. Beim Verkauf müsste ich eigentlich mehr kriegen beim Verkauf. 17.000. Das ist immer das, wenn ich es jetzt verkaufen würde, ne? Genau. Beim Händler würde ich mehr kriegen. Nein. So, das sind dann so... Sagen wir mal 17.000. Runden wir mal ab. 17.000. Und... Ballen... Transport. Und dann nochmal 15.000. 20.000. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Wisst ihr was? Das mache ich. Da habe ich nämlich Bock drauf. Die Umkonfigurierung würde uns dann ein bisschen was kosten. Ähm... Aber... Ah, haben wir ja Leihgebühren weniger. Der Anhänger ist als Ballenwagen auch recht cool. Ich denke, das können wir machen. Weil, äh... Wir haben eh nur einen Trecker. Ja, und wie gesagt, ich fand den... Ich fand den total klasse. Er sieht erstmal gut aus. Er ist nicht ganz so lang wie der Ballenwagen. Wie der großrichtige. Und wie gesagt, mit Umkonfigurierung. Vielleicht mache ich auch wieder Blödsinn hier. Vielleicht hätte ich die behalten sollen. Was weiß ich. Aber ich meine, ich will ja auch ein bisschen Spaß haben, ne? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir keinen Platz haben. Passt auf. Drei Folgen weiter quark ich rum. Ja, aber... So, ähm... Genau. Juh, da die... Zieh mal vor. Ich glaube, wir sind zu weit. Wird er zu weit oder du musst das wechseln? Ich glaube, da kann ich gar nichts ran machen, ne? Ja, hier muss das wechseln. Ähm, ja. Also, ich würde sagen... Ich würde sagen, die Folge ist ja schon wieder rum. Wir haben jetzt, äh, unsere nächsten Lohnaufträge vorbereitet. Ähm, und... Ich mache das hier alles schicko. Fahr damit zum Shop. Und morgen hole ich euch denn damit zu, wenn ich die Sachen hier verkaufe. Ja. Genau. Oh, jetzt habe ich nicht aufpassen. Wenn ich die Sachen hier verkaufe, wir hängen denen noch gemeinschaftlich an. Ja, ist zwar eigentlich... Ja, es ist zwar eigentlich totaler Quatsch. Könnt ihr ja jetzt eigentlich behalten. Ja, es ist doch albern, oder, Leute? Eigentlich ist es albern. Eigentlich ist es... Nee. Wir lassen es so. Wenn der im Sale ist, dann holen wir uns den vielleicht nochmal. Dann könnte man sich den nochmal holen. Aber jetzt tauschen, warum? Wären wir da Pari, aber wären wir nicht weiter, müssten wir sowieso noch... Weil ich finde den total schön. Ich überlege mir das nochmal. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall beim Shop. Entweder nur die Walze holen oder einen Anhänger kaufen. Ich weiß schon, wie es endet. Also, Leute, macht's gut. Ciao, euer Maru. Ach, Mann. Ey, so schön. Ich finde den klasse. Weil ich es ja nicht ganz so lang wie der andere Ballen anhänge. Aber ich bin nie ganz so. Äh. Vielen Dank.